Ein Hallo aus dem Auto! Die Sally Linne und ich sind gerade am Weg in Oberösterreich unterwegs. Das war überhaupt nicht deutsch, aber ihr wisst was ich meine. Wir sind am Weg zur Gewinnerin des Sommertressur Cups 2018, gesponsert von mir, um ihr ihren Gewinn zu übergeben. Und ich werde euch ein bisschen was filmen. Und was ich alles gefilmt habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.